Was können wir jetzt hier mal? Wir können jetzt da rüber gehen oder wir können hier lang gehen. Ach, jetzt sind wir hier unten an der Stelle oder was? Das war nicht gut. Oder? Ach doch, alles safe. Alles safe. War ja nicht irgendwo auch unten... genau. Da und da. Waren nämlich Dinger. Komm, beweg dich Lara. Aber wir müssen davon auch hin, wo ich gerade. Das war letztlich ein Stein oder wo. Komm, komm. Sehr gut. Anzünden. 9 von 10, okay. Fehlt uns noch einer. Oh, hier. Kann man nicht runter auf jeden Fall. Kannst du nicht hoch oder kannst du nicht hoch jetzt? Alles klar. Ja, wir müssen den normalen Weg gehen. Gucken, was hier schönes ist. Okay, jetzt nochmal Wasser. Oh, was ist denn da? Was ist denn hier los? Was ist zum Anzünden? Ah, da kommen wir noch was da drüben drauf. Ah, hier ist Stuff. Alles klar. Neue Kiste. Was haben wir hier drüben? Bergungsmaterial. Okay, alles klar. Kein Problem. Jetzt suchen wir das hier an. Äh, jetzt. Zu uns. Oh, die geht... Ach! Oh, die geht dann gleich aus. Super uncool. Okay, das muss man irgendwie teilen anscheinend. Weil da das Wasser ist. Okay, jetzt Ast den hier, glaube ich. Ast den. Dann kann ich den. Ah ne, hat's schon. Alles klar. Es brennt. Auch daneben. Jetzt nochmal mit Schwung. Ach, okay. Das ist dann im Weg. Alles klar. Dann muss man was drüben. Dann muss man was gehen. Keine Ruhe ausgehen. Das ist kein Problem. Das hat kein Problem. Und du. Das sieht gut aus. Wut? Wieso denn nicht? Noch mal. Komm schon. Und... Mal kurz einmal wappen. Jetzt. Jetzt muss ich genug Sprung haben. Genau, okay. Jawoll. Sehr schön. Das kann man, glaube ich, so anzünden, wie es ausschaut. Ja. Nochmal Bergungsgut. Auf jeden Fall. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Um die... Unsere geilen Waffen abzugraden. Abzugraden. Yeah. Äh. Jetzt gehen wir zurück. Halt. Was war das? Was denn? Oh. Geocache. Okay. Habe ich den schon markiert gehabt? Oh. Das ist der, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin. Alles klar. Der ist echt gut. Okay. Ah, klar. Ich glaube, hier muss ich weiter... einfach ein bisschen zurückgehen. Und dann werde ich immer noch, äh... einen Weg gehen, wo ich gerade nicht lang gelaufen bin. Nämlich... Nein. Pfeile im Bogen. Hier. Genau das hier. Und... Sprung. Und hochklettern. Genau, genau, genau. Äh... Wunderbar. Shift. Genau. Jetzt hier hoch. Ah. Also. Oh. 14 von 15. Shit. Wo ist denn der letzte? Ach, der ist da unten. Okay. Da müssen wir dann nochmal in das Lager reisen da unten. Okay. Und dann, äh... Und dann, äh... Oh, von hier oben können wir die richtig gut weg snacken. Sehr gut. Jawoll. Okay. Ne. Äh... Vielleicht erstmal den da hinten wegmachen. Boah. Oh, Headshot sagst du. Der hat gesessen. Das merkt der gar nicht. Geil. Der hält den Pfeil aus. Oh, cool. Alles klar, die hätten wir auf jeden Fall. Deswegen lagen auch hier oben wahrscheinlich die Pfeile. Nehm ich mal an. Alles klar, dann gehen wir uns mal runter. Sprung. Sehr gut. Looten. Looten. Und nochmal looten. Wo ist denn der andere? Ah, der ist hier runter gefallen, oder? Okay. Schuss. Ach, guck mal. Hier ist kommen wir direkt auf das Haus drauf, wo ich eigentlich rauf wollte. Wo man eigentlich nur mit der Shotgun hin kam. Von der rechts kam man eben schon mal. Alles klar, Kollegen. Äh, hier ist draußen ist nix. Hier ist noch was. Ah, Shotgun-Munition. Hier brauchen wir es. Ein Geocache. Oh, das ist der letzte. Jawoll. Bergsaufset komplett. Cool. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Sam. Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich versprechs dir. Ich versprechs dir, Sam. Hey! Sie hat den Druck gerät! Sam! 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 Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Hm. Dann! Keine so... Lauf einfach rein mit der Shotgun gezogen und dann geht's los. Okay, da lang müssen wir auf jeden Fall dann. Da haben wir uns die Mission ja gerade auch so vorgegeben. Ist da was drinnen? Vielleicht nicht. Oh, was denn hier? Gar nichts? Ach nee, das ist hier das... Alles klar. Von hier aus Karmor sozusagen. Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang weiter. Ist hier draußen noch irgendwas? Sieht ja fast so aus, ne? Hm. No, Sir! Negativ! Und Sprung! Das ist nach Munition. Und... Seilwind oder was? Ist da unten ein Gegner? Nee. Ich bin durchs Dach oder was? Jawoll! Fassaden. Und hoch. Fassaden. Hehe. Haben wir noch ein Ticket? Boah, nö. Fick dich, Junge! So sieht's nämlich nur aus. Oh. Einen Schrott für den Teil gefunden. Sehr gut. So, jetzt proben wir mal, ob es hier irgendwas ist. Was ist denn das hier? Ah, das ist Kerosin. Hehe. Ui, das hätte ich noch Flächer machen sollen. Das ist ein netter Trick. Auf jeden Fall. Mal noch das nächste Mal. Du hast nämlich überhaupt nicht gesehen. Lüge. Taktischer Positionswechsel. Taktischer Positionswechsel. Wo sind die hin? Patrouillieren die jetzt oder... Wo kamen denn die von hier unten, ne? Da ist wieder so eine komische Lampe, aber auch nichts... Abfackeln sozusagen. Ich mach dir das noch platt, ey. Das kannst du lösen. Halt! Nein, ich war runter. Gute MG nehmen. Das hat mir fast Schall gedämpft an das Ding. Oh, da ist einer. Okay. Waren das zwei? Oder waren das drei? Ich glaub es waren zwei. Okay, da unten liegt ja noch die Leiche bei dem letzten... Oh, da ist einer. Alter, da haben die mir Schaden gemacht. Uncool. Na komm. Hä? Will ich aufheben, oder? Oder hast du es doch jetzt? Ging es da oben noch weiter, sagt mal? Oh, halt. Da kann ich mal looten. Oder kann man auch hier unten lang gehen? Das ist die Frage. Ich hätte wahrscheinlich auch diese Laterne auf die drauf schieben können, ne? Ich weiß nicht, ob es da oben noch weiter geht. Aber was ist denn das hier? Na, ist ja nice. Hätte man die wahrscheinlich auch platt machen können. Ich würde ja gerne oben rum gehen. Das ist mir irgendwie lieber von oben alles ganze, die ganze Sache berücksichtigen. Weil von oben hat man halt den Vorteil, dass man alles sieht, ohne dass sie einsehen. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Hopp. Jawohl. Na genau. Geht auch oben lang. Schön, schön. Oh, da unten läuft wieder jemand, oder? Nee, diesmal nicht. Haben wir oben noch irgendwas? No, Sir. Äh, Sprung. Na komm. Okay, jetzt sind wir voll. Ja, müssen wir jetzt runter, ne? Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Okay. Oh, oh, das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Dahin muss ich hin. Hm. Okay. Oh, gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz unten. Oh, oh. Halt dich fest. Komm. Oh, jetzt spiel's gleich nochmal. Klar. Au. Au. Das tut doch weh. Oh, von Rotroll einfach mal noch lief. Wie kommt der denn her? Erstmal schön die Shotgun ausgepackt. Oh, das tut doch weh. Oh, shit. Boah, das war fies, ey. Genau, durch den Kopf. Fein, dann zappelt sie doch so ein bisschen. Oh, fünster. Okay, okay, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, okay, jetzt gehen wir nach rechts. Jetzt wieder. Aber ich muss ja nicht nachladen, dem Ding, ey. Okay, jetzt sind wir da. Ach, dass da uns nichts aufspießt, ja? Das geht klar. Oh. Jetzt aber schön den Fallschirm nehmen und dann, äh, Fallschirm abspringen. Woran erinnere ich mich? Diese Szene war in irgendeinem Film oder schon mal. Da hängen wir mich genau in Fallschirm, alles klar. Und ziehen. Nein. Ersatz Fallschirm. Ersatz Fallschirm. Äh, und jetzt? Oh, shit. Ohne Spaß. Er ist zu allem aufgespießt. Sie ist mal von einem Baum. Uncool. Da habe ich nicht gesehen, wo man da hin soll. Ohne Spaß. Aber ja, alles voller Bäume. Normaler sind das doch Bäume mit Sandfluglättern. Geht jetzt eh drücken. Geht nicht. Sollst du das Schiff drücken gleich? Kommt. Das war. Okay, jetzt hier lang. Und dann da lang. Ey, muss ich mir aber echt schlecht, wo man hier durch muss. Da lang. Da lang. Rechts. Jetzt. Jawohl. Jetzt links. Uh. Das war uncool. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Es tut weh. Alles tut weh. Ich schneide es nicht los vom Fallschirm. Besonders gut hier. Au. Jetzt muss aber wirklich Bippe an den Wut und Hals selber ran. Alter Schwede. Das muss doch wehtun. Aber jetzt sind wir unten. Wollten wir da runter überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind wir sogar in der Nähe von dem Tempel. Wer weiß. Oh, das sieht nicht gut aus. Verletzung oder was? Wieder. Das ist die alte Verletzung wahrscheinlich, ne? Was ist denn das hier in der Müllstadt? Oh, das bin ich in der Müllstadt unten. Komm nicht hoch. Ich muss mich durch die Müllstadt durchkämpfen bis da hoch oder was? Das ist bestimmt das Lager von den Bösen, ja. Ich muss mich durch die Müllstadt durchkämpfen bis da hoch oder was? Das würde wahrscheinlich nichts sein, oder? Nein. Erstmal erst der Hilfesuchung. Verbinden am besten. Da unten ist es. Okay. Oh, ist das schön sneaky hier, oder was? Aber wir haben eine Pistole gemacht. Oh, nein. Wir können auf jeden Fall schießen. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Mich wundern, dass es hier nirgendwo jemand ist. Oh, hier. Das Bergen ist gut. Oh, hier schon die Gegner. Shit. Pfeile sind hier, alles klar. Schön in der Kläranlage rumgucken. Herrlich. Ich frage es, ob wir überhaupt richtig laufen. Guck mal, da oben ist eine Kiste mit Bergen, ist gut. Aber wir machen doch gerade ein Blatt, wie sie ausschaut. Oder wie es sich anhört zumindest. Ist ja widerlich. Ich habe schon immer so kurz jetzt gleich hier runter, so abgehakt. Oh, ich habe es gerade gesagt. Oh, Spaß. Oh, nicht Spaß. Okay, da ist einer. Oh, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Aber er kommt nicht rein. Was ist mit den anderen? Öl? Ich bin zwar getroffen, ohne Spaß. Oh, es brennt hier, alles so uncool. Die große Geschosse gerade. Verdammt nochmal. Na, komm. Ja, jetzt. Das kann jeder so Arsch. Kopfschuss. Und noch ein Kopfschuss. Der lebt noch. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. No, Sir. Ach, die Maschine ist die 4, alles klar. Okay, hier haben wir noch ein Berg. Das ist gut. Das ist schön. Da kann man noch einen Gegner looten. Oh, guck mal hier. Wie kommen wir denn da hin? Äh. Können wir das irgendwie runterschießen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, kommen wir hier hoch. Ja. Können wir das anzünden? Können wir nicht anzünden? Wie kann man denn hier was anzünden? Ach, okay. Fällt von sich aus runter. Wenn man drauf schießt. Gott. Da lang geht's nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Guck mal hier. Das hätten wir auch anschießen können. Anscheinend das Fass. Ein Fass ohne Boden. Sprichwörtlich. Ah. Ach, Schatz. Kleiner Scherz. So, und jetzt noch so zum Erste-Hilfe-Kasten, bevor wir hier noch weiter Erkundung einholen. Boah, hier sind so aufgereiht, die Toten. Nein, Wahnsinn. So, jetzt schön im beschädigten Zustand sozusagen über die Balken. Das geht natürlich 1a. Stab. Oh, nicht gut für die Wunden. Ah, nicht getroffen. Komm. Oh, das. Okay, die scheinen alle... Das waren alle hier anscheinend. Äh, Bergen ist gut. Ne, stimmt, weil ich Munition ist das. Oh, das war's. Ah. Okay. Oh, ichpreneur. Ah. Vielen Dank.